Neues Jahr, neues Glück. Die PCGH News sind zurück. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Die alljährliche CES hat stattgefunden und die Hersteller haben einige interessante Neuigkeiten verkündet. Gleich vorneweg, die heißesten News zur CES, zumindest die der großen Hardware-Player, haben wir bereits im letzten Video hier auf dem Kanal zusammengefasst. Wenn euch interessiert, was genau AMD, Intel und Nvidia für das aktuelle Jahr angekündigt haben, schaut euch auch mal die Zusammenfassung an, die wir euch hier oben in der Infocard und in der Videobeschreibung verlinken. Bislang waren Gaming-Schreibtische eher ein Marketing-Gag, beziehungsweise maximal ein aufgemotzter Tisch mit Möglichkeiten zur Kabelführung. Doch der Hardware-Hersteller Razer hat auf der CES 2022 ein neues Produkt präsentiert, das die Bezeichnung Gaming-Desk wirklich verdient. Das sogenannte Project Sophia existiert bislang nur als Konzept eines modularen Schreibtisches, aber hat jetzt schon diverse interessante Features zu bieten. Razer hat Project Sophia in Kombination mit einem besonderen Gaming-Stuhl namens Enki Pro Hypersense vorgestellt, das über integriertes haptisches Feedback verfügt. Der Hersteller will mit dem neuen modularen Schreibtisch seinen Nutzern die Möglichkeit geben, das Setup flexibel an verschiedene Bedürfnisse wie Gaming oder Office-Arbeiten anpassen zu können. Dazu heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung, während das Arbeiten von zu Hause aus immer mehr Verbreitung findet, sehen sich viele Leute mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Setups für viele verschiedene Anwendungen anzupassen, die ihre Systeme über den Tag verteilt bieten müssen. Egal ob als reines Bürosetup, für Gaming, Streaming oder zum Editieren von Bildmaterial, jeder Nutzungsbereich verfügt über eine Gruppe, gesonderte Eingabegeräte und Hardware zur Verbesserung der jeweiligen Erfahrung. Project Sophia bietet eine nahtlose Lösung für alle diese Herausforderungen. Damit dieses Maximum an Flexibilität real wird, verfügt Project Sophia über eine modulare Bauweise, sodass Nutzer den Schreibtisch mit insgesamt 13 verschiedenen Modulen erweitern und personalisieren können. Diese Module sollen laut Razer unter anderem Zweitmonitore, Touchscreens, Tablets, Capture-Karten, Audio-Mixer und Tools zur Systemüberwachung beinhalten. Der Tisch selbst besteht aus einem Grundgerüst mit integriertem OLED-Monitor mit 65 oder 77 Zoll. Ein PC-System inklusive Intel-Prozessor und Nvidia-GPU befinden sich in einem Gehäuse, das sich magnetisch an der Unterseite der Glasplatte des Schreibtisches befestigen lässt. Außerdem hat Razer den kompletten Tisch mit dem hauseigenen Chroma-RGB-System ausgestattet. Ergänzend zu Project Sophia präsentierte Razer den Enki Pro Hypersense Gaming-Stuhl, der über Echtzeitsynchronisation für haptisches Feedback sorgen soll. Der Stuhl unterstützt mehr als 2200 PC-Spiele und gibt 65.000 haptische Feedback-Variationen aus. Dabei kann er die Sitzfläche leicht verändern. Genaue Details zu einem möglichen Erscheinungstermin, geschweige denn zum Preis von Project Sophia und dem Enki Pro Hypersense, hat Razer bislang aber noch nicht bekannt gegeben. Der PC-Gehäuse- und Kühlungsspezialist Phanteks hat auf der CES 2022 in Las Vegas ein neues Gehäusekonzept vorgestellt. Das Phanteks Evolve Shift XT ist ein Mini-ITX-Case, das sowohl möglichst kompakt als auch besonders flexibel sein soll. Dafür hat das Gehäuse gleich drei Modi und kann von einem kleinen Case in zwei weitere Stufen wachsen. Die verschiedenen Modi werden von dem Unternehmen Compact, Aircooled und Liquidcooled genannt. Um das Gehäuse in der Größe zu verstellen, wird der Rahmen einfach auseinandergezogen. So kann das Case entweder zusätzlich Lüfter oder aber gleich ein Radiator aufnehmen. Vollständige Spezifikationen für das Gehäuse gibt es noch nicht. Das Phanteks Evolve Shift XT soll jedoch in der Lage sein, Grafikkarten im Triple-Slot-Design mit einer Länge von bis zu 325 mm aufnehmen zu können. Diese wird per PCIe 4.0 Riser-Kabel angeschlossen, das im Lieferumfang enthalten ist. Jedoch muss die Grafikkarte dafür vertikal angebracht werden. Das Gehäuse an sich besteht aus einer 2,5 mm Konstruktion aus eloxiertem Aluminium. Auf beiden Seiten des Cases befinden sich Luftschütze zur Kühlung. Zu der standardmäßigen Ausstattung gehören ultrafeine Staubfilter sowie eine Kühlerhalterung, die oben im Gehäuse installiert ist. Der Verkaufsstart des Phanteks Evolve Shift XT soll Februar 2022 sein. Das Gehäuse wird zu einem Preis von 169,90 Euro angeboten und in den Farben Satin Black und Galaxy Silver erhältlich sein. Auf der CES hat Faison nun seinen ersten SSD-Controller für PCIe 5.0 gezeigt. Der trägt die Bezeichnung PS5026E26, kurz E26 und soll Geschwindigkeiten mit maximal 12 GB pro Sekunde erzielen können, ohne dabei die Energieanforderungen des alltäglichen Computing zu sprengen. Genauere Angaben zu Leistung und Energiebedarf fehlen vorerst allerdings noch und sollen erst im weiteren Verlauf der Ausstellungen bekannt werden. Bekannt ist bislang, dass er vier Lanes PCIe 5.0 verwendet und mit acht Kanälen zum TLC oder QLC NAND angebunden ist. Faison preist den Controller sowohl für Consumer als auch Datacenter-SSDs an. Die aktuelle Intel-Plattform bietet ja schon PCIe 5.0, wenn auch nur für den Grafikkartenslot und auch nicht für die Peripherie, also SSDs. Also wird es noch mindestens eine CPU-Generation dauern, bis der doppelt so schnelle Standard auch bei SSDs zum Einsatz kommt. Aber gut zu wissen, dass die nötige Hardware dafür schon bereit steht und wer weiß, womit uns Ryzen 7000 überraschen wird. Während der CES 2022 ist auch Nvidia richtig aufgefahren. Neben Grafikkarten und Chips hat das Unternehmen unlängst neue eSports-Displays in Zusammenarbeit mit MSI, ASUS, ViewSonic und AOC vorgestellt. Diese sollen die Herrschaft von 1080p beenden. Nvidia rühmt sich mit dem weltweit ersten 1440p eSports-Monitor. So will Nvidia gleich eine ganz neue Monitor-Kategorie einführen. Grund sei das weltweite Wachstum des eSports. Lange waren besonders 1080p-Displays beliebt, die durch ihre niedrige Auflösung höhere Bildraten und schnellere Bildwiederholraten ermöglichen. Das will Nvidia nun aber mit den neuen Monitoren ändern. Die neuen Displays sollen 27 Zoll groß sein und die WQHD-Auflösung mit bis zu 360 Hertz ermöglichen. Laut Nvidia soll auf den neuen Displays das Zielen auf kleine Ziele um bis zu drei Prozent gegenüber kleineren Full-HD-Displays verbessern. Außerdem sind die neuen Displays mit Mini-LEDs als Hintergrundlicht ausgestattet. Mit dem Digital Vibrance-Modus von Nvidia können somit Gegner stärker hervorgehoben werden und Nvidia schreibt zudem von einem HDR-Erlebnis bei SDR hinhalten. Mit Dual Format bieten die Displays zudem einen alternativen Modus, der die Auflösung auf Full-HD und die Bildfläche auf 25 Zoll reduziert. Samsung hat auf der CES 2022 einen riesigen 55 Zoll Curved Monitor vorgestellt. Doch die Größe ist nicht das einzige, was an diesem Display ungewöhnlich ist. Der Odyssey Arc kann auch im Pivot-Modus betrieben werden. Im Hochformat wölbt sich der Monitor geradezu über seine Nutzer. Das Besondere daran ist nicht nur die Größe und die extreme Krümmung, sondern auch, dass sich das Seitenverhältnis der Anzeige individuell einstellen lässt. Man das Bild also auf 21 zu 9 oder gar 32 zu 9 beschneiden kann. Außerdem ersetzt er mehrere Monitore, indem er per Multiview mehrere Signalquellen vereint. Während Samsung den Odyssey Arc in offiziellen Bildern immer nur von der Seite zeigt, konnten sich so manche YouTuber den Bildschirm schon live auf der CES anschauen. Das 55 Zoll Display bietet ein Seitenverhältnis von 16 zu 9 sowie eine 4K-Auflösung. Das Panel arbeitet mit Quantum Dot Mini-LEDs. Zum Lieferumfang gehört auch ein Wireless Wheel Controller, mit dem sich unter anderem die Beleuchtung sowie das Interface anpassen lassen. Weitere Spezifikationen wie Bildwiederholfrequenz, Farbgenauigkeit, Latenz und mehr wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Auch der Preis ist noch nicht bekannt. Im zweiten Quartal 2022 soll das Gerät zumindest in den USA erscheinen. Der Hersteller CyberPower hat auf der CES 2022 eines seiner neuen Gehäuse vorgestellt, das ein wenig bizarr wirkt. 18 individuell gesteuerte Lüftungsöffnungen öffnen und schließen sich je nachdem, wie die Temperatur im Inneren ist. In einem YouTube-Video wird das Gehäuse und der Sinn hinter dem seltsam anmutenden Produkt gezeigt. Die Kinetik-Serie sei unter anderem durch die Architektur inspiriert. So gibt es etwa Gebäude, die bewegliche Teile besitzen und so etwa für optimalen Lichteinfall sorgen. Die Entwickler fragen sich, ob sich diese Idee auch auf den PC-Markt anwenden lässt. Das erste Modell der Kinetik-Reihe besitzt 18 individuell gesteuerte Lüftungsöffnungen. Die kleinen bronnenzufarbenen Dreiecke öffnen und schließen sich je nachdem, wie hoch die aktuelle Innentemperatur des Systems ist. Ist die Temperatur hoch, ziehen sich die Öffnungen zusammen, um mehr Luft in das Gehäuse zu bringen. In diesem Modus sieht die Front fast wabenförmig aus. Ist die Temperatur niedrig, dehnen sich die Dreiecke wieder aus. Dadurch wird nicht nur der Luftstrom verringert, sondern laut Cyberpower auch die Geräuschelast. Zudem wird das Eindringen von Staub vermieden. Die Lüftung kann jedoch nicht nur vollständig geöffnet und geschlossen werden, so gibt es Zwischenschritte, auf die die Klappen in Echtzeit je nach Temperatur reagieren würden. Wir sind wieder am Ende der PCGH-News angekommen. Das ist doch mal ein spannender Ausblick für das neue Jahr. Worauf freut ihr euch am meisten? Was hat euch überrascht? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr uns noch nicht folgt. Bis bald!